Und damit hallo und herzlichst willkommen zu einer wirklich kleinen Runde Dingsbums, jetzt vergleich, so, Revo Six Siege Okay, wir verteidigen also erst, kein Problem Ja, mal okay, erstmal los Okay, im Vorgang, gewandt, läuft Ähm, ne Das ist, der ist selbst gebaut Der kommt hier so vor Das hier kommt so ab, also hier, das kommt ab Da kommt wieder vor Und dann hört sich das alles ganz anders an oder dahinter, aber dann macht er P, kein P, mehr Stöße Also kommt da hier vor Ähm, oder so, weiß auch nicht Ich baue ich ihn komplett hier so rum, weiß ich auch noch nicht Ich könnte einfach nur Guck ich nochmal Guck ich nochmal Guck ich nochmal Alter, ist das schnell Geil Ich meine, nur minimal Da fuck, alter Kann doch kein Schein spielen Hier liegt schon wieder so'n Lückenfieh, alter Geil Die Drohne der Gegner hat den Bio-Bestag gut gerät Toll Ich bin schon wieder so'n Fieh Geil einer auch nur spielig und dann, äh, muss ja noch weg Ich kann das hochladen hier Ja, ja, ich bin dann sehr beschäftigt, ja mein, was ist, soll denn diese Scheiße Geil einer Ich bin dran Und jetzt Ich bin dran ich bin dran Bandsverstärkung angebracht! Schild bereit! Ich setze den Herzschlagsensor ein. Feinde lokalisiert! Die Gegner sichern den Behälter. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Mission gescheitert! Eigener Druck neutralisiert! Also nichts können! Toll, ich hasse Ubisoft. Ich hasse Ubisoft! Oh, f*** dich doch! Ich habe hier noch eins, okay? Ist okay! Hey! Ist okay! Ist okay! Spiel! Ist okay! Ist okay! Ich will dort das Biogefahrgutbehälter finden! Oh, ich geh zu einem Keller! Da gab es nicht, aber ich bin doch schon ein Keller! Aha! Einsatz in 10 Sekunden! Gute Arbeit! Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert! 5 Sekunden bis Einsatz! Ist glücklich! Bis zum Jahr! Weiter zum Biogefahrgutbehälter! Und diesen sichern! Wir sehen uns mal! Die Sprengladung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 was wird ihr alles wieder verkackt und ich schreiten oder was ich so einmal jetzt bitte noch damit ich das auch noch hochladen kann wenn es geht ok den raum sichern wir müssen den biogefährten behälter schützen was geht mit euch ab die drohne der gegner hat biogefahrgutbehälter lokalisiert es bleiben noch zehn sekunden fünf sekunden die gegner haben den biogefahrgutbehälter lokalisiert zugangssperre scharf gemacht abstand halten zugangssperre scharf gemacht abstand halten der stacheldraht ist bereit stacheldraht verlegt der stacheldraht der stacheldraht was stacheldraht der stacheldraht We can't, because they will shoot all of them. Thank you. We can't, because they will shoot all of them. We can't, because they will shoot all of them. We can't, because they will shoot all of them. We can't, because they will shoot all of them. We can't, because they will shoot all of them. We can't, because they will shoot all of them. We can't, because they will shoot all of them. We can't, because they will shoot all of them. Okay, Treppe is out. They will shoot all of them. They will shoot all of them. They will shoot all of them. Oh my god Den Bio-Gefahrgutbehälter sichern Sicherung gefaubes einstellen Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh my god No way No way, it's going to be so long. Ich muss das zweite spielen. Komm, zwölf. Thumbnail confirmed, Alter. Wuhu. Kein weg, Alter. Junge. Wieso habe ich mir runtergefallen? Wieso habe ich mir runtergefallen? Standort! Der hält das unbekannt. Weiterhin ab. Sichern. Wieso habe ich mir runtergefallen? Oh mein Gott. Oh lol Help, I need somebody Oh lol Oh lol Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter aufgespürt Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter sofort eingreifen Go in the room Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter sofort eingreifen Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter sofort eingreifen Was? Was? Oh, gut Aha Ja Gute Lange zu sehen Was gut Tschüss Gute Lange